Wir haben Schwachhaus gesehen, es stand hier nicht zu, kamen Fluss aufzugeben. Danke, dass du mich gerettet hast. Ja, Snow. Wir haben Schwachhaus gesehen. Schwierig. Natürlich bin ich wütend, Snow hat getan aus dem Muster. Du warst nicht da. Natürlich bin ich wütend. Natürlich bin ich wütend, aber es ist fertig. Okay, okay. Sie haben sich den falschen Feind ausgesucht. Crane wurde benutzt. Mir geht es um die Opfer. Crane wurde benutzt, würde ich sagen. Well, Crane war ein Puppet. Und der Crooked Man hat die Strings gearbeitet. Das ist alles über Kontrollen von Fabletown. Aber dann, was die Prostituten müssen? Lilly? Und Faith? Ich weiß nicht, wie es alles funktioniert, aber ich weiß, es ist. Somehow. Der Crooked Man hat uns gegen uns gegründet. Wir versuchen hier unser Bestes. Ich kann die Dinge nur auf meine Weise erledigen. Was meinst du? Oh. Äh, was meinst du? You can't give him a leash. He doesn't work that way. Yeah. Wait, what do you mean? What is this right way? We haven't been doing a good job. You and I. So, starting now. We do everything cut and dried. By the book. Straight as an arrow. Mmh. Aber sie ist es. Du hast recht, Snow. Das sagt sich leicht. Ich hatte keine andere Wahl. Das sagt sich leicht, würde ich am liebsten sagen, aber ich verärgere sie bestimmt. Ich hatte keine andere Wahl. Hatte er denn eine? Just let that side of you be done, okay? I'm sure from your vantage point it's extraordinarily easy to judge me. Bigby. But you sit behind a desk. All day. And only tonight did you see what it's like to be pushed into a corner all the time just for doing your job. You think I don't know what it's like to have my life in danger? To not be pushed to do things? Ja, es hat sie verärgert. I know what it's like. And I know what it's like to lie to yourself. To justify what you've done. So don't talk to me like I'm other people. Look, Bigby. I care about how this is done. Just as much as I care about it getting done. So for that, you want to give them a handicap? Like the bad guys will worry if shit gets sloppy. Everybody wants to be to smile, Colin. Colin kann mich selbst verteidigen. Hell, I'm practically the president of the fake-be-go-pi such a dick club. Hold on. Who says I'm sloppy? I always do what I do for a reason. And it's all turned out how you planned. He'll get the job done. Just let him do it. I'm going to... I'm going to let you do it. Okay? It's just that... Now that I'm Deputy Mayor, I need your respect. And this situation has to end. What situation? All unglamoured fables starting today have to go and stay at the farm. Oh, oh. Jetzt muss ich mir entscheiden. Setze das nicht durch. Snow hat das Sagen. Jetzt beruhigen sich alle mal. Oh, solange ich noch nicht eine Partei ergreifen muss, werde ich, glaube ich, das nicht machen. Aber sie wird es nicht gut finden. I'm a pig, not a mouse with a hat and a cane. Look, everyone just calm down, alright? I'm perfectly calm. Why not? Tell me right now, what's it gonna be, Bigby? Oh, bitte nicht. Ich mag keine Entscheidung treffen. Und ich weiß auch echt gerade nicht für wen. Echt nicht. Wolf's Residence. That's rude. Oh, Buffkin, what is it? Okay, I'll let him know. Thanks. Guess who's waiting in your office right now? Narissa. Narissa? That bread from the pudding and pie? Yes. Apparently, she told Buffkin that she has something she needs to talk to you about. But that she'll only tell you. And what do you think that could be? Uh, Bigby's got an admirer. Keinem was schon mal. Sie weiß wahrscheinlich etwas. Sie weiß was. Sie weiß was. Sie hat mir ein bisschen mit dem Fall geholfen. Vielleicht hat sie was anderes. Vielleicht hat sie es. Ich sollte zurück in die Geschäftsaufgabe. Ich habe Buffkin alleine zu lange, zu lange, zu Bekaufs. Ich will es natürlich nicht. Tut mir leid, Regen und Regen. Snow wird ihre Meinung ändern. Das würde ich denen nicht antun. Ungern. Eigentlich ungern. Und sehr wenig Zeit zum Entscheiden, wie immer. Also, wenn diese Farm echt so scheiße ist für die anderen Fabelwesen, dann mache ich das echt nicht gerne. Natürlich will ich aber zwischen Wolf und Snow auch ein möglichst harmonisches Verhältnis schaffen. Und jedes Mal, wenn ich natürlich für Colin mich einsetze, dann wird sie verärgert sein. Also, sehr, sehr schwierig das Ganze. Ich habe da versucht, möglichst neutral zu sein. Aber, naja. Das wird sich wahrscheinlich nicht so einfach immer regeln lassen. Und ich werde wahrscheinlich irgendwie eine Entscheidung treffen müssen. Wie immer in diesem Spiel. Wie immer in diesem Spiel. Episode 4 Im Schafspelz Hi. Bigbees Büro, das Woodland-Gebäude. Morgen. Hi, Nerissa. Na, du kleine Meerjungfrau? Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest die anderen sehen. Ich habe Schlimmes erlebt. Mach dir um mich keine Sorgen. Ja. Das passt sehr gut dazu, zu diesem Satz. Was führt dich hierher? Was wollte Crane von dir dann mal los? Was führt dich hierher? Oh, danke. Danke. So, was ist das, was du mit mir sprachst? Ich weiß, was du für mich gemacht hast, was du mit mir vorst? Ich weiß, was du mit mir vorst. Und ich glaube, du willst mich wiederholen. Ich weiß, was du mit mir vorst? Ich weiß, was du mit mir vorst? Ich weiß, was du mit mir vorst? Das wäre hilfreich. Hast du noch mehr über Crane? Wurde Crane, wurde Crane eine Falle gestellt? Geht es um den krummen Mann? Wurde Crane eine Falle gestellt? Crane war nicht der Mörderer. Die öffene Arme war ein Setup. Und du hast mich da hergebracht. War es jemand anderes, den du da wollte, mich da finden? Und schon wieder dieser Satz. Wenn ich dich einfach so antworten würde, dann hätte ich das Wort mit dir gemacht. Nein, ich glaube nicht. Manchmal, wir müssen unsere Weg durch unsere Leben selbst herausfinden, grasping und fumbling in der Nacht. Ich... Ich hatte Freunde, um mich zu finden, aber jetzt... sie sind weg. Und ich weiß nicht, was zu tun. Wo führt das hin? Du kannst mir vertrauen. Geht es um Faith und Lily? Ist das überhaupt Sinn? Hast du versucht, etwas über Faith und Lily zu sagen? Was ich sage, ist, dass Freunde wichtig sind. Und ich... Ich habe nichts mehr. Also hoffe ich, dass du nach deineren schaust. Sind meine Freunde in Gefahr? Soll ich meine Freunde verdächtigen? Ich kümmere mich um alle. Sind meine Freunde in Gefahr? Kannst du nicht einfach reden, deine Lippen sind versiegelt. Aber deine Lippe sind versiegelt. Ich bin... sorry, wenn ich deine Zeit verbrauche. Ich dachte, ich wusste, wie es zu sagen. Rippen. Faith War 1, 2. Ich versuche dir zu helfen. Es geht darum, wie es aussieht. Es dient der Kontrolle. Wie kann ich das? Es ist ein Tool, um dich in deinem Leben zu halten. Subservient. Das ist, warum kannst du mir nichts sagen. Es ist das Rippen, nicht wahr? Ist mir vorher nie aufgefallen, dass sie auch dieses Schleifenband trägt. Hätte ich sie noch besser rumkriegen können? Ich weiß es gerade nicht. Band entfernen. Können wir das Band nicht einfach abnehmen? Ich mach das jetzt einfach mal ab. Okay. Also ist da vielleicht echt ein Zauber dran. Da ist irgendwas ist... Also das war jetzt so eine heftige Reaktion. Also die Reaktionen... Wenn du sie auslösen kannst... Dann passiert denen irgendwas. Ich tröste sie. Oder es tut mir leid. Ich entschuldige mich mal. Entschuldige. Ich... Ich wünsche, dass ich etwas tun könnte. Wenn jemand herausfindet, dass ich hierher kam. Das ist wahrscheinlich Schnee. Ich muss das nur erzählen. Sicher, wovor hast du Angst? Sicher? Ich muss es nur erzählen. Sicher. Wovor hast du Angst? Sicher. Sicher. Vielen Dank. Entschuldigung, ich muss mit dem Sheriff sprechen. Bitte entschuldigen Sie uns. Eine Minute. Ich könnte eine neue Leid für Sie, aber ich weiß nicht, wie gut es ist. Beauty & Beast haben in den Office geholfen. Sie sagten, dass Sie mit Ihnen etwas zu sprechen. Ich weiß, ob Sie von Crane haben gehört. Oh, ich darf nichts sagen. Meggelt sie davon abzureden. Hör mal, ich hab mich darum gekümmert. Stell dich jetzt an, siehst du Blut? Vertrau mir, Snow. Du musst mir vertrauen, Snow. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie zufrieden ist, dass wir auf der richtigen Weg sind. Okay, dann. Good work. Bell hat einen Kredit beim Nerissa und uns in diese Richtung gewiesen. Sie haben aus einem bestimmten Grund angerufen. Ich weiß, dass sie sich nicht mehr auf dem Weg gehen. Sie sind zufrieden. Ich weiß, dass sie ein Problem haben. Ich weiß, dass sie ein Problem haben. Ich weiß, dass ich es besser nachzudenken. Ich weiß, dass ich es nachzudenken. Und sie hat gesagt, dass sie zu irgendein Ort gehen würde. Bigby, du denkst nicht, dass sie zu der Crooked Man gehen würde? Das würde erklären, warum sie geholfen haben. Wir müssen das Ganze lösen, bevor etwas anderes passiert. Wer weiß was. Ich habe andere Themen zu beantragen. Na dann, tschüss Snow. Ja, sie ist vielleicht die, die ihr echt besonders gerne mag. Wohnung von Belle und Beast, das Woodland-Gebäude, Mittag. Aber sie ist halt auch einfach diese Chefin. Und das ist echt schwierig mit ihr. Also manchmal ist sie mir auch zu streng. Aber klar, sie ist auch die einzige, die versucht, die Regeln einzuhalten. Okay, die streiten immer noch darüber, dass sie da gearbeitet hat. Ich klopf mal. Und wie er immer ranklopft. Bam, bam, bam. Hier, hier ist der Wolf. Moin. Euch auffressen. Du hast angerufen. Du hast angerufen, oder? Du hast angerufen, oder? Oder war es Beauty? Warum würde ich dich angerufen? Listen, ich habe eine blöde Nacht. Du denkst, dass du das nur eine? Und ich wirklich nicht möchte mit der Runde. Snow sagte, du hast angerufen und wollte mit mir reden. Nein, du bist nicht der Bösewicht, aber jetzt lass mich rein. Kann ich mit Belle reden? Lässt du mich rein? OK, dann streitet euch mal weiter. Dann kann ich mich ja hier in Ruhe mal umsehen. I guess I really do have the smallest Apartment in the Woodlands. Hey, das sind Beauty and Beast. Und hier ist die Rose. Wie schön. Was haben wir denn hier noch so? Oben ist was. Ja, sehr pompös, wie die beiden leben. Wieso klopft er denn dagegen? Was war das denn für eine Aktion, um zu gucken, ob das echtes Holz ist? Gemälde. Aber total toll. Ich mag ja echt diese ganze Märchenanlehnung hier und dass man so richtig, so die Vorstellung, was ist mit den ganzen Märchenfiguren eigentlich weiter passiert. So ist es hier im Spiel. Was ist aus diesen ganzen Figuren geworden? Was ist mit Belle und Beast? Oh, jetzt habe ich mich noch gar nicht zu Ende umgeguckt. Sorry, es ist eine lange Nacht. Ja, du wirst wissen, was sie sagen. Zentren von Verlust kommen mit Zentren von Verlust. Warum habt ihr angerufen? Ihr habt doch Schulden. Es ist schön. Das ist alles. In welcher Art von Ärger steckt? Ihr verschwendet nicht mehr in welchen Ärger habt ihr eigentlich? Welche Probleme hast du in? Either es ist das Geld oder es ist etwas anderes. Ihr könntet die Nächsten sein. Andere Leute sind auch in Gefahr. Wenn ihr ehrlich seid, beschützt euch euch. Andere Leute sind auch in Gefahr. Soll ich nicht mehr in Gefahr. Soll ich den Verlust aus der Straße. Ihr könnt nicht mehr in Gefahr sein. Aber wenn ihr das gerne mit deinem eigenen Weg geht... Nein, bitte nicht. Dann erzähl mir, was der fuck ist passiert? Du hast so viel Geld gemacht? Schau dir nach dir. Das ist nicht die Art, die Leute auf Geld leben. Schau, wir sind eine bestimmte Art von... ...Lifestyle, okay? Wir können einfach nur das... Wir haben nie gedacht, dass es so ist. Es ist nur, dass... ... wir haben nichts mehr zu gehen. Und wir haben über unsere Hände. Es ist nicht viel Arbeit da. Wer wäre wir, wenn wir einfach... ...liver wie... ...Bist aufhalten. Hey, wir sind nicht hier. Ich sollte... ... so leave a message at the beep and we'll get back to you as soon as... ...humanly possible. ... ... ... ... ...